Und wir haben noch 20 Minuten dafür. Sehr angenehm. Bitte nehmen Sie Platz. Die Luxus kostet schon wieder. Oh Mann. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. So. Erstmal so. Plan. Investoren. Nehmen wir das denn schon mal. Für sie habe ich immer Zeit. Ich bin dann da schon wieder. 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 Ist das nicht. Ist auch nicht. Ich bin dann da schon wiedergekült. Ich bin dann da schon wiedergekült. Boah. Aber die jetzt wieder ist. Meinen Bescheid. Wobei die jetzt wieder ist. Ich bin dann hier. Neuroimplantate? Ist das Neuroimplantate jetzt oder was war das? Was soll man an dieser Firma nicht mögen? Nächstes Astronautenteam trifft ein. Ach du heilige Scheiße. Das ist auch diese Korreduzierung oder? Verdammt. Vielleicht können wir beim nächsten Mal, bis wir auf Farmen gehen, dann können wir die ganzen Farms hier günstiger halten können. Das ist ja eine Warenbiege, das ist ja immens. Wir kommen noch an der Farmen. Ach du Scheiße. Transferhute ineffizient. Fehlende Waren. Ich weiß gar nicht, wo ich ganz eine Waren herbekommen soll. Ich bin mir wundern, dass man eine andere Route bietet sich so besorgen kann. Wie viel haben wir jetzt davon? 800. 800 Investoren. Wir brauchen 10.000, um Diamanten zu produzieren. 50.000 für die KI-Montage. 50.000 für Androiden. 100.000 fürs Stadion. Und 150.000 fürs Firmenhauptquartier. Nicht gerade der Mittelpunkt der Welt. Parameter werden erneuert. 500.000 in Rom-Platatum. Mit diesem ganzen Automat 100.000. 1100 Prozent. 1100 Prozent Effizienz. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Das muss man sich mal vorstellen. 1100 Prozent. Eine offizielle Finanzspritze. Hoffentlich reicht es aus, um die Bücher auszugleichen. Aber nicht lange, bis wir sie wieder mehr brauchen. So, Plus 6. Wir wissen schon mal, wir haben wieder was... ...was Ausreichendes. Das heißt, wir erweitern das Ganze jetzt um... ...8. Nur 4 dazu. Parameter werden erneuert. Und wir brauchen 5 und 7 Investoren für den Transmission-Raumhafen. Oh Gott! Möhn ab nächster Stufe, ab 36.000 bekommen wir... ...kontrolimit bla bla bla. Irrelevant. Eine weitere Weltraumroute. Perfekt. Neuer Schiff-Typ. Für die Handelsschiffe, natürlich. Ähm, geil. Meine ersten 30.000 haben wir auch bald wieder. So, hier, zack. Ne, geil. Wie viel kriegt denn davon 1.000 und 1.100? Okay. Und wir erfüllen auch nix davon bisher. Egal welche Vergünstigungen sie mir angeben. Ein wenig Lebensart. Kundenanalysen zeigen. Unerfülltes Bedürfnis... Gucken wir mal, wie die kleinen aussehen. Hier sehen auch so aus, nur halt einzeln. Alter, wer das sollte... ...was das betrifft zumindest schonmal. Du hattest genug Gelegenheiten, dich uns anzuschließen. Und da du es nicht getan hast, darfst du bezahlen. Das darf doch nicht wahr sein. Flotte, gerufen. Mensch. Wir sind doch gerade dabei, hier schöne Zahlen zu schreiben. Also schöne... Ja, bitte? Grüne. Ähm. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Feind entdeckt! alle bereit machen wir werden beschossen ich habe letztens einen wir werden angegriffen wir müssen die zonenweise zerstören wie sieht es denn eigentlich gerade aktuell aus herzlich willkommen ein neues upgrade perfekt wir werden beschossen sieben haben wir schon da sind die nächsten da kommen sie wir werden angegriffen wir werden angegriffen wir werden beschossen ich bin mal gespannt wie viele wir gleich haben aber wir gehen einfach auf die gruppe oder so mehr koordinaten bestätigt koordinaten bestätigt hervorragend da kommen sie alle zum einsatz das ist doch alles ineffizient jetzt kommen hier aus 340.000 die sind nicht höher die sind einfach nur 30.000 abstationen kommt planmäßig an sind unterwegs aber wir müssen besser runter nehmen die anderen auf den weg mit wir werden beschossen nehmen sie auf den weg mit nehmen sie auf den weg mit und schauen wir uns dieses fest im nest alle zum einsatz wir werden angegriffen die sind nicht so sicher ich würde mich nicht so sicher fühlen wir werden beschossen die werden beschossen sie müssen aber auch selbst die temperaturdrohnen gestartet so das wird jetzt reichen mal gucken wie viele sie haben an Leuten und an Geld an negativen Geld natürlich, an negativen Profit wir brauchen 20.000 20.000 Investoren bitte, seien sie mein Gast ok ähm die 10.000 haben wir gleich wir sind da noch auf jeden Fall frontiert wir haben schon was anziehen du hast keine Angst, dir die Hände schmutzig zu machen mein Auftrag bitte, das ist Karo schüttelt äh, das machen wir mal sie werden alle Kräfte aufbringen müssen, die sie haben das wird gefährlich ich glaube, das machen wir auch nicht jetzt äh folgende Baupläne neue Gebäudearten verfügbar Diamantenhine Nanoschleifer Neutronenlabor Schick, schick, fein, fein Händchen Warnung unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsläutern Warnung Warnung Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern Wir müssen garantiert noch Schulden zurückzahlen, die ganzen Kredite und so weiter, die die werden doch nicht einfach so viel gewesen sein. Die neue Mist Sachen. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Moment. Zum einen können wir noch mehr nachproduzieren. Zum anderen können wir eine neue Weltmarktquote hinzufügen. Dadurch können wir auch noch mehr Geld verdienen. Zum anderen können wir noch mehr Geld verdienen. Wir müssen noch mehr Geld verdienen. Wir brauchen noch mehr Geld. Wir brauchen noch mehr Geld. Wir brauchen noch mehr Geld. Dann werden wir hiervon noch ein bisschen mehr nachproduzieren. Können wir ein gutes Plusgeschäft machen. Die Polizeiung produzieren wir nochmal nach, machen die neue Route und dann beende ich das jetzt auch mal wirklich hier. Wunderbar, dass ich das bevor, dass da vorne nicht nochmal dazwischen kommt. 2, 2, 1, 2. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Fragen Sie mich nicht, wie mir das gelungen ist, aber Ihnen wurde ein Sonderdarlehen bewilligt. Transferroute... Mount davon, zack, nach dort. Eine vielversprechende Route... 3400. Neue Transferroute aktiv. Können wir gut gebrauchen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich erstmal für den... heutigen... länger gewordenes, was ich dachte. Ähm... Joa... Ne? Nächstes Mal, wie gesagt, Weltmarkt und ähm... Weltmarkt und 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 und... ein bisschen... halt schon bevor wir gerade hierbei sind. Wir werden auch Magnetit fahren, aber wir upgraden. Die Energiekrise, oh ja. Erst führt die Global Union die Erde an den Rand des totalen Blackouts. Dann drängen sie die Mondbevölkerung zu einer Lösung. Und jetzt wollen sie uns die Früchte unserer Arbeit stehlen. Aber das lassen wir nicht zu. So... Ja... Das ist ja schön für dich. Ähm... Ja... Bevor jetzt irgendwas passiert... Oh... Ein Sfertip. Äh... Verlasse ich das Spiel und äh... Ja... Wie gesagt, beim nächsten Mal machen wir weiter. Ähm... Ja... Dann wünsche ich euch noch einen... schönen... Rest... Dienstag... Und... Und... Ja... Im nächsten Mal Börse und den ganzen anderen Kladderadatsch... Und Attentate Farben vielleicht ein bisschen. Tjajei hin. Noch... Schönen. Alles zuvrando. Nämlich. Hirobissements shot. Oh... Nochams tat vom Giuseppe Mai ajudarhin. Also... Tag. Mesem k statewide. Beitain. Vielen Dank.